Gut, ihr hattet 45 Minuten und es ist nicht mehr lustig. Versuchen wir was anderes. Welches Vorschlag machst du? Ich zähle bis drei und ihr prägt den Ball so fest auf den Boden, wie ihr könnt und wessen Ball höher fliegt, gewinnt. Oh, jetzt gehst du unter, Cooper. Ach, dass ich es nicht könnte. Ich hab zu meiner Zeit viele Gummibäle springen lassen. Okay, genug des Sprücheglopfens. Eins, zwei, drei. Schönes Verhören. Kontrolliere schaden, das Büro gehört dir. Wer kriegt jetzt einen ungenübenen Sport, hä?